Hallo liebe Familie und liebe Verwandte und Bekannte vom Volker. Ich bin der David Günther. Ich bin ein, denke ich kann sagen, Freund vom Volker. Ich habe ihn kennengelernt durch die Aktivsenioren und er ist mir Gott sei Dank netterweise behilflich bei der Jobsuche und hat auch einige schon in Bewegung gesetzt. Und er hat mich darum gebeten, für euch Maria durch einen Dornwald hinzuspielen und diesem Wunsch komme ich ihm natürlich sehr gerne nach, weil ich ihm, wie gesagt, sehr, sehr dankbar bin dafür, dass er mir hilft. Und ja, ich würde sagen, lay back and enjoy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. Amen. Von mir ganz frohe Weihnachten an alle, die dieses Video hier sehen.